Hallo! Seid ihr auch so genervt von Corona und der Pandemie? Ich hab ja jetzt herausgefunden, wer dafür verantwortlich ist. Sherlock Socke sozusagen. Und wer ist verantwortlich? Griechenland. Wieso, fragt ihr? Nun, ihr kennt doch diese hübsche Frau aus Ghost, die mit Patrick Swayze, na, ihr wisst schon, was gemacht hat. Die hat einen griechischen Namen und heißt Dymetria, nennt sich aber Demi. Und der Hürtengott ist auch griechisch und heißt Pan. Und dann war das auch nicht mehr schwierig. Pack beide zusammen und du hast Pan-Demi. Das ist doch kein Zufall. Und dann ist Demi auch noch in Roswell geboren. Ich sag ja nur, denk mal drüber nach. Tschüss!